Hallo und Herzlich Willkommen zu Wego Request Heute möchte ich euch wieder ein neues Heightier zeigen Das habe ich mir gerade gekauft, den Nachtheuler der Garn Das ist ein Wolf, verschwärmen wir den gleich mal Ich finde es ein sehr schönes Tier Wenn man dann die Leertasche drückt, dann geht er vorne ein bisschen runter und flätscht die Zähne Wie ein schönes Tier, hat hier im Nacken auch noch einen Ron Ich finde auch die dunkle Färbung, finde ich eigentlich ganz schön Gut, hat wie alle Wölfe so im Lauf so ein bisschen habsig in Gang Aber auch das finde ich ganz okay Während im Lauf springt er natürlich wie alle Heightiere, wenn man die Leertasche drückt Ansonsten gibt es eigentlich nichts besonderes zu sagen über das Tier Aber wie gesagt, mir gefällt es ganz gut Den kann man scheinbar im Trainer am Froschfeuer gerade erbeuten Ich habe es mir einfacher gemacht Ich habe den im AH gekauft Für 4600 Gold Das geht denke ich eigentlich auch noch Ich hoffe es hat euch gefallen Und ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder rein Ich bedanke mich fürs Zusehen Danke, Tschüss Vielen Dank